Vielen Dank. Vielen Dank. Echt? Nein, wir haben hier zwei bei der Vorerkunde. Oh, ein Bärenfell. Ja. Ein was? Ein Lebendfell. Ja. Ein Lebendfell? Ein Bärenquell. Ach, ein Bärenquell. Ja, der hat mich hier so reingeschleppt. Kann doch eigentlich mal einer von Ihnen sein, oder? Aber krass war, was das für mich hier. Und hier sind immer neun aus und immer noch nie. Das stimmt. Nicht schlecht. Das ist einer der ersten Räume, die man hier übernimmt. Das ist einer der ersten Räume, die man hier übernimmt. Das ist einer der ersten Räume. Vielen Dank.